Wie gerne hätte ich diese Maschine schon vor 20 Jahren gehabt? Die massive, standfeste, rostfreie Knollenschell- und Waschmaschine von Alexander Solia. Das bringt natürlich enorme Zeitvorteile in der Vorbereitungsküche. Die Maschine läuft dann völlig autark und eure Köche können sich um weitaus wichtigere Sachen kümmern, wie Kartoffel- oder Karottenschellen. Was ich klasse finde, ist die dämpfende Gummierung innen drinnen. Die Seitenwand ist mit Gummi beschichtet, das heißt im Schälvorgang, wenn die Kartoffel hin- und hergeschleudert wird, kriegt sie weniger Druckstellen und wird auch nicht so schnell braun. Die Energieeffizienz ist natürlich auch sensationell, weil die Maschine läuft nur bei geschlossenen Deckel und zieht auch dann nur Wasser. Sobald der Deckel offen ist, stoppt sie. Die Schonentleerung erkennt dann auch ganz schnell. Der Deckel ist offen, also muss ich die Drehzahl verringern, weil sonst schießen wir die Kartoffeln quer durch die Küche. Das ist jetzt die komplette Produktpalette und im Detail seht ihr, was sie wirklich alles können.